Hallo Stefan! Hallo Jan! Endlich nehmen wir auch beide zusammen mal ein Review auf. Wir sprechen über das unsichtbare Auge. Ich freue mich auch sehr, Herr Jan, dass wir heute diesen Film besprechen, weil es war tatsächlich der erste Film von John Carpenter, den ich vollständig gesehen habe. Also ich kannte zwar aus der Vorschau Halloween und Big Trouble in Little China, aber das unsichtbare Auge war tatsächlich der erste Film von ihm, den ich damals eben im Fernsehen, im Spätprogramm vollständig gesehen habe. Ich weiß noch, das war ein Montag um 22.15 Uhr, da war in den frühen 1990er Jahren, da lief immer so dieser Montags-Thriller. Und da war das unsichtbare Auge einmal mit dabei. Er hat mich damals ein bisschen an, von der Erzählweise, ein bisschen an Mitternachtsspitzen mit Doors Day erinnert. Das ist ein Film, der mich sehr begeistert hat in der Zeit. Und besonders gefiel mir damals eigentlich schon, dass der Film relativ ruhig erzählt, also dass eigentlich in der ersten, ja gut, in der ersten Hälfte des Films eigentlich wenig Spektakuläres insgesamt passiert, aber dass der Film dann auf einmal rasant an Tempo aufnimmt. Ich kann mich auch noch erinnern, das war tatsächlich, wie du sagst, Anfang der 90er Jahre. Aber das war, entweder habe ich den um ZDF gesehen oder auf Dreisatz. Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Bei mir war es ZDF. Ah, dann war es mit Sicherheit 93 so rum gewesen. Da haben wir beide vielleicht zur gleichen Zeit angeschaut. Das könnte natürlich sein, ja. In den USA war es natürlich wesentlich früher. Das war ja Ende November 1978 auf NBC. Ein großartiger 70er-Jahre. Style hat der, die Schauspieler auch. Natürlich die Mode, die da mit reinspielt und alles. Aber die Umsetzung ist doch wirklich atemberaubend und zeigt schon eindeutig Carpenters Züge, also seine Art, den Film zu inszenieren. Wirklich die Spannung aufzubauen. Und das ist schon etwas, was jetzt den anderen TV-Schläfern zu der Zeit doch deutlich zuvor war. Ja, und man, also was den Film vielleicht auch heute besonders anspruchsvoll macht, das ist ja in den 1970er-Jahren, also wo auch Brian de Palma eben anfängt, so Marschen an Hitchcock zu drehen, das macht John Carpenter ja hier auch. Und Shining, ne? Ja, das natürlich, das natürlich, das kommt. Aber Shining kommt erst später. Hier haben wir ja schon, wenn wir den Vorspann sehen, haben wir gleich mal die erste Hommage und zwar an North by North West, der unsichtbare Dritte. Weil das ist der Vorspann, der ist ganz ähnlich gemacht. Also man merkt da schon eigentlich so die, na gut, woran sich Carpenter orientiert. Und eigentlich, das ist so der, der Klassiker des Voyeurismus, das ist ja natürlich das Fenster zum Hof von Hitchcock eben. Nur, dass eben da die, na gut, die Figur, die bei Hitchcock eben vom Fenster aus alles beobachtet, auch interessante Konstellation eben praktisch, dem Mann ist nach einem Beinbruch eben langweilig. Er beobachtet, was gegenüber passiert, auch wenn man da nämlich gleich mal sieht, wie sich die Mimik verändert. Also, dass er gerührt schaut, wenn er irgendwie eine Mutter mit Kind sieht. Allerdings, wenn er eine junge Frau beobachtet, da hat er gleich mal einen ganz anderen Blick. Und, na gut, so eine Person, nur ins Negativ gewendet, die spielt ja auch eine wichtige Rolle in das unsichtbare Auge. Und vor allen Dingen die Umsetzung von Karten, da der ja offensichtlich Hitchcock doch sehr verehrt hat. Der Film ist ja auch zu Lebzeiten von Hitchcock noch entstanden, soweit ich weiß, er starb ja 1980. Ja, 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 genau. Das heißt, er hat ihn mit Sicherheit vielleicht sogar gesehen, ne? Ich weiß es jetzt nicht, aber ich weiß, dass Hitchcock eigentlich schon sehr, also den zeitgenössischen Thriller, dass er das schon mitverfolgt hat. Ja, zum Beispiel auch wegen Höhenkoller hat er sich ja auch bei Mel Brooks persönlich mit Weinflaschen bedankt. Und ich glaube auch, dass er die Brian De Palma Filme in der Zeit da schon gesehen hat, weil Hitchcock, der hatte ja tatsächlich selber auch an, dann auch an Projekten gearbeitet. Also es war nach Familiengrab eben, sind keine Filme mehr entstanden, aber er hat sich durchaus eben Urheberrechte gesichert. Er wollte ja selber auch noch Filme drehen. Und auf der anderen Seite entstand eben dann eine ganze Generation vor allen Dingen amerikanischer Regisseure, die ihm da eben nacheifern wollten. Und eigentlich eines der wichtigsten und vielleicht sogar auch besten Beispiele ist für mich eben das unsichtbare Auge. Definitiv. Und auch der Cast kann sich wirklich sehen lassen in diesem Film. Gerade auch für einen TV-Film, da ist ja meistens nur ein TV-Star wirklich oder ein Film-Star mit dabei. Hier haben wir gleich drei. Hier haben wir Lauren Atten für die Hauptdarstellerin, die Lee spielt in dem Film, also die Bedrängte von dem Stalker. Und dann haben wir ihre Freundin und Kollegin Edrine Barbeau. So, dann haben wir auch noch David Birney. Der ist ja in den USA ein großer TV-Star, in Deutschland jetzt nicht so bekannt, da ja nicht alle Filme hier darüber geschwappt sind. Und es ist natürlich so, dass er dort drüben sehr bekannt war und das hat den Film natürlich dort auch noch sehr, sehr aufgewertet. Allerdings auch hier, weil er ja wirklich ein fantastischer Schauspieler ist. Vor kurzem erst gestorben. Und auch noch bekannt ist dieser Charles Giffers. Der hat auch in sehr vielen Carpenter-Filmen mitgespielt. Hat den Sheriff gespielt, zum Beispiel in Halloween. Ah, genau. Und auch in etlichen Filmen. Also der war sehr oft noch bei Edwin Barbeau auch. Wir erinnern uns an die Klapperschlange. Oder auf jeden Fall The Frog. The Frog. Das kann man nicht vergessen. Aber mit Lone Hutton hat er tatsächlich nur einmal jetzt einen Film gedreht. Und man merkt schon, also dass er einer dieser Türme, das ist ja der Arkham Tower. Hinter mir. Genau, genau. Da ist er gleich. Und es ist ja auch bei The Frog ist es ja das Arkham Riff. Also Arkham eigentlich eine, ja, etwas von H.P. Lovecraft fiktives. Was aber natürlich ein, also vor allen Dingen im Horror-Film-Genre noch erheblichen Einfluss eben auch hatte. Vor allen Dingen, man darf da auch nicht vergessen, Carpenter drehte ja später dann eine Trilogie, die sich an Lovecraft-Motiven orientiert. Also Beginn mit das Ding aus einer anderen Welt, geht weit über Fürsten der Finsternis bis hin. Und das ist eigentlich die deutlichste Hommage, die Mächte des Wahnsinns. Und eigentlich gerade da haben wir also die späteren Carpenter aus meiner Sicht, das ist so jedes für sich eigentlich ein auf jeden Fall äußerst sehenswerter Film. Aber eigentlich viele, viele Grundmotive, die sind auch schon hier im unsichtbaren Auge mit angelegt. Es gibt viele solche Namensspiele, also der Produzent des Films, hier aufs unsichtbare Auge, einer der Produzenten, der hieß Kobritz mit Nachnamen. Und der Name taucht auch in The Fog wieder auf. Ein Opfer war das, das war die Babysitterin, Mrs. Cockwills. Und Lee war zum Beispiel der Vorname auch von Sheriff Brackett in Halloween. Und also da gibt es etliche Spielereien, kann man im Internet nachlesen. Also in allen Carpenter-Filmen kam das vor, also sehr viel Witz. Und sogar die Abkürzung vom Sender, wo Lee arbeitet, sind die Initialen von John Carpenter. Also das ist auch ganz witzig, also solche Kleinigkeiten. Aber erklären wir den Zuschauern doch mal, um was geht es eigentlich in dem Film? Das war auch gerade ein gutes Stichwort, weil es geht ja da um Personen, die fürs Fernsehen arbeiten, in einer Fernsehproduktion. Lee zieht von New York nach Los Angeles, ist auch da mit ihrem Apartment in diesem Hochhaus sehr zufrieden. Allerdings hat sich da vor, ja, kürzerer Zeit einmal auch ein Rätsel auf der Todesfall ereignet, den wir als Zuschauer auch schon gesehen haben. Also wir wissen, dass es eben kein Suizid und kein Unfall gewesen ist. Und, ja gut, einerseits hat, ja gut, geht, das finde ich interessant, dass man das eben praktisch in den Alltag, in einer Fernsehproduktion, dass man das eben mitzeigt. Und vor allen Dingen, dass Lee auch damit konfrontiert wird, dass sie eben von ihrem Regisseur auch bedrängt wird. Aber das macht diesen Regisseur auch gleich mal bei einem Verdächtigen, was dann noch passiert. Weil Lee bekommt eigenartige Geschenke zugeschickt von einem Unternehmen, das sich Excursions Unlimited nennt. Also es schaut erst so aus, wie wenn sie eine Reise geschenkt bekommen soll. Also man hat da vielleicht auch ein bisschen da mit dem Hinterkopf geht es da vielleicht um so eine Art Betrug auch. Also das ist vielleicht da noch nicht ganz offensichtlich, aber es ist, na gut, den Begriff gab es noch nicht, aber es geht eigentlich erst einmal um Stalking. Weil diese Belästigungen, die werden nämlich immer heftiger. Und man muss auch mit dazu sagen, das ergreift natürlich Lee auch immer mehr psychisch an, aber sie ist eben damit konfrontiert, dass sie die anderen auch gar nicht glauben, was da geschieht. Also das ist relativ geschickt von diesem Voyeur, von diesem Stalker da eingefädelt. Der, und das ist, das finde ich, ist eigentlich im Grunde die wirklich gelungene Homosha an Hitchcock, der ja eine, wie soll man das sagen, eine, ja gut, eine völlig pervertierte Figur aus das Fenster zum Hof ist. Also wo der andere eben praktisch da noch ein Verbrechen aufklärt, da ist es eben er, der für, also jetzt eigentlich, man weiß nicht, was alles vorher geschehen ist, aber jetzt eigentlich einen zweiten Mord auch plant. Und, ja, das Ganze vielleicht, der, ich finde aus dem Grund auch den deutschen Titel, das unsichtbare Auge da sehr, sehr treffend gewählt, weil es geht eben ja tatsächlich darum, um beobachtet zu werden. Und vor allen Dingen teilweise gar nicht zu wissen, wann, wann wird man eigentlich beobachtet? Ist das jetzt irgendwo permanent? Also das ist auch so, wie Ali in ihrer Wohnung ja eigentlich im Grunde panisch ist. Was weiß dieser Mensch jetzt wirklich in dem Moment? Sieht er sie gerade? Sieht er sie nicht? Das ist natürlich auch, dass man seine Verhaltensweisen dann völlig eigentlich umändert. Also gerade, wenn man, ja, damit konfrontiert ist, jetzt eigentlich immer unter Beobachtung zu stehen. Also das ist auch, also das ist das eine Motiv dann eben gepaart mit diesem Hochhausgebäude. Also da gibt es ja schwindelerregende Summs auch. Und das ist natürlich, okay, das ist auch eine Hitchcock-Hommage und zwar Verdigo. Also da, Verdigo ist ja, ja gut, der deutsche Begriff Schwindel, der ist ja da sogar zweideutig in den Film. Aber auch hier haben wir es ja da tatsächlich mit einer der beiden Originaltitel, High Rise, sagt es ja auch schon einmal aus. Also es geht hier eben um eine Höhe. Ich sehe da auch noch einen anderen Einfluss und zwar ein Dichter der deutschen Romantik, der auch, das muss man mit dazu sagen, das wird auch in der Filmwissenschaft diskutiert, Hitchcock und das Fenster zum Hof sehr mit beeinflusst hat. Die Rede ist von E.T.A. Hoffmann und seiner, ja, und seiner berühmten Erzählung Der Sandmann. Und zwar geht es bei dem Sandmann auch um, einmal das Augenmotiv ist dort sehr präsent, weil der Sandmann ist da keineswegs irgendwie eine gute Märchenfigur, sondern im Gegenteil, der Sandmann streut zwar auch Sand in den Augen, aber er will den Kindern diese Augen rauben. Also das ist so der Erzähler, der berichtet eben auch davon, wie ihn diese Geschichte als Kind geängstigt hat. Und vor allen Dingen, er hat eben diese fiktive Figur mit einem Mann assoziiert, mit dem er seinen Vater immer wieder besucht hat, die da offenbar archimistische Experimente gemacht haben. Der Vater ist dort auch umgekommen. Und dieser Junge ist seitdem dramatisiert. Später als Erwachsener bekommt er von einem Händler namens Coppola, auch interessant, weil Coppo italienisch heißt so viel wie Augenhöhle. Also Coppola, der hat wirklich einen passenden Namen für einen Regisseur. Da bekommt er ein Fernglas geschenkt, wo er eine Frau beobachtet und er anfangs nicht weiß, dass es sich dabei auch um eine Gliederpuppe handelt. Und er sieht eben, wie diese Puppe zerstört wird und denkt, er beobachtet einen Mord. Also da haben wir schon mal das Hitchcock-Motiv, das Fenster zum Hof. Aber der Junge wird darüber auch völlig wahnsinnig und will am Ende eben auch seine Verlobte töten, stürzt aber dann von einem Aussichtsturm. Also das ist eigentlich diese Motive, die entdecken wir bei Hitchcock und auch bei Carpenter wieder. Also man entdeckt sehr viel in diesen Filmen, das muss man schon sagen. Ein Vergleichsfilm, na gut, also ich weiß jetzt nicht, ob du den kennst, wahrscheinlich. Sliver von 1993. Ja, ja, natürlich. Das könnte man wirklich schon fast als, ja, wie soll man sagen, Remade als, ne? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wann der Roman von Ira Levin, der Autor von Rosemary's Baby, der hat die Vorlage zu Sliver geschrieben. Ich weiß nicht, wann der genau erschienen ist, aber zumindest der Film, der erscheint mir auch sehr inspiriert vom unsichtbaren Auge. Er kam ja dann in den 1990er Jahren, auch ein Film, den ich damals gesehen habe, der mich da auch sehr begeistert hat. Und eben auch da gerade dieses Motiv des Beobachtetwerdens ist da präsent. Und zu den eigentlichen Vorbildern für Carpenter würde ich auch noch einen anderen Film zählen, der damals durch Martin Scorsese und Paul Schrader eben neu entdeckt wurde. Und zwar Pieping Tom, der deutsche Verleihtitel Augen der Angst. Also da haben wir es auch wieder aus dem Jahr 1960. Also ein Film, der damals sowohl die Karriere von Michael Paul, dem Regisseur, als auch von dem Hauptdarsteller Karl-Heinz Böhm zerstört hat. Man muss da, da bekomme ich nochmal kurz auf Hoffmann zu sprechen. Michael Paul hat in den 1950er Jahren auch einmal Hoffmanns Erzählung, also die Oper von Jacques Offenbach, verfilmt. Und da kommt sogar die Episode vom Sandmann mit drin vor. Also das ist also, bei Paul wissen wir, dass er diese Geschichte gekannt hat. Er hat sogar das im Film so geändert, dass Hoffmann die Figur ist, der das eben zustößt. Und ein paar Jahre später kamen dann eben Augen der Angst, wo wir auch ein Voyeur kennenlernen. Also Pieping Tom ist im Englischen eine allgemeine Bezeichnung für ein Voyeur. Also das ist so, was eben heute der Stalker wäre, war eben damals der Pieping Tom. Ja, auch dieser Mann hat eine Filmaffinität, ist durch Experimente durch seinen Vater dramatisiert. Also ich denke, Paul, der ist ja schon Hoffmann inspiriert. Auf jeden Fall läuft er eigentlich ständig mit einer Kamera herum, filmt alles, was in der damaligen Zeit aber völlig ungewöhnlich gewesen ist. Also ich denke mal, das war vielleicht auch mit einer der Gründe, die das Publikum schockiert haben. Naja gut, wenn jemand alles filmt und alles, auch so peinliche Momente, die sind da eben festgehalten, so wie es eigentlich heute unsere Realität schon ist. Also da war dieser Film vorausschauend. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass er, er ist auch ein Serienmörder, dass er seine Morde filmt. Und das ist auch so, also diese riesige Kamera, das ist auch irgendwie ein, es wirkt so. Und das ist auch die Parallele dann beim unsichtbaren Auge von Carpenter. Es wirkt so, wie wenn diese Kamera ein so eine Art Fetischobjekt auch für ihn wäre. Also das ist gerade diese große Kamera auch, die wir da im unsichtbaren Auge haben. Den Täter selber, den sehen wir ja auch fast so gut wie nie wirklich, außer halt in den, ja gut, in dem Teleskop da, ne? Ja, ja, genau, genau. Wieder eine Verbindung zu Sliver. Ja, wieder zu Sliver, aber auch zum Beispiel Duell von Steven Spielberg 1974. Also diesen Fahrer sieht man eigentlich nicht. Und wir erfahren, und das ist der Unterschied zu Filmen, wie jetzt Pieping Tom, wir erfahren nichts über die Motive von diesem Mann. Also das ist, er ist ja, es wird zwar geklärt, wer er ist, aber, aber, aber so wirklich biografisches Erklärungsansätze, die spart der Film aus. Ist auch irgendwo konsequent, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, also fürs Publikum da zu diskutieren. Ähm, wenn wir, ähm, den Begriff Stalking gab es ja noch nicht. Also der kam erst, ähm, erst später dann. Und zwar auch, ähm, also das, äh, ja, eine, ja gut, interessante Fußnote da zu solchen Filmen. Es gab in den USA einen Amoklauf, wo ein, ähm, Angestellter eben an eine, in eine Kollegin verliebt gewesen ist. Und er hat, ähm, ja, er hat, ähm, ja gut, ähm, das, äh, ich nenne das mal ganz vorsichtig, das auch sehr demonstrativ gezeigt. Es gab dann Abmahnung, irgendwann mal eben die Kündigung. Und im Anschluss hat er dann eben mehrere, äh, Mitarbeiter dieses Unternehmens, ähm, erschossen. Ist auch verfilmt worden, ähm, vom amerikanischen Fernsehen, heißt der Stalking Laura. Beziehungsweise, also was auch bezeichnend war, es, äh, war, ähm, es gibt da auch so einen Titel wie, ähm, das wird übersetzt ungefähr heißen, ich kann, ähm, ich kann machen, ich kann machen, dass du mich liebst. Also so wirklich eigentlich so dieses, äh, Begehren, was da zu einer Art Besessenheit wird. Also solche, solche Motive würde ich im unsichtbaren Auge schon auch, äh, mit sehen. Und, äh, ja gut, vielleicht noch die Anmerkung, aufgrund dieses Amoklaufs gab es dann eben das erste Anti-Stalking-Gesetz auch in den USA. Weil da ist eben diese, ähm, eben dieses, äh, dieses, äh, dieses Delikt eben auch mit erkannt worden. Äh, und da muss man ja sagen, ja gut, dass, ähm, äh, dass sie, die, äh, dass LIA selber da wirklich damit konfrontiert ist, äh, dass niemand ihr Glauben schenkt. Und vor allen Dingen, ich meine, sie erlebt ja das sogar doppeltes Stalking. Einmal durch den, äh, Fernsehregisseur da, dann eben auch durch den, durch den, der sie da immer beobachtet. Und das ist eben, in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, auch aus der damaligen Zeit, ein, ein Film mit Gerard de Badiou ein, der heute leider nicht so bekannt ist, süßer Wahn. Der französische Originaltitel würde sinngemäß übersetzt lauten, äh, sagt ihr, dass ich sie liebe. Ähm, das ist auch ein, da lernen wir eben auch einen Voyeur als Person eben kennen. Es, äh, geht um einen, einen Mann, der sich, ähm, der sich, äh, praktisch einbildet mit seiner Jugendliebe zusammenzuleben. Ja, das, das Ganze mündet irgendwann mal in eine Katastrophe. Auch hier, wie beim Sandmann oder wie bei, jetzt beim unsichtbaren Auge spielt am Ende ein Sturz eine sehr große Rolle. Also das ist auch, ähm, also ich sehe halt da wirklich auch beim unsichtbaren Auge einen, einen Einfluss, gerade von diesem, äh, von dieser Geschichte da, der Sandmann, die auch, ähm, in den, also gut, in den USA auch, ähm, sei es jetzt durch die Oper, aber im Allgemeinen auch bekannt ist. Also ich denke mal schon, dass Carpenter auch ein, nicht nur ein Lovecraft, sondern auch ein, ein Hoffmann-Fan ist. Ja, und, ähm, gut, kommen wir mal da in die Gegenwart der späten 1970er Jahre, dass ja er, äh, dass Carpenter ja auch eben viele Themen mit aufgreift, die vielleicht in der amerikanischen oder auch europäischen Gesellschaft durchs Reihen relativ tabuisiert gewesen sind. Das ist einmal dieses Stalking, aber dann eben auch, ähm, so etwas wie, ja, gut, ausleben, offene Homosexualität. Ja, oh ja, da kriegst du genau was an. Und gerade auch die, äh, Kollegin, das ist ja dann eine, die lesbische Frau, das heißt, äh, ist dann die Kollegin von Lee, die Ätterin Babo, äh, die spielt ja diese Rolle. Oder? Und, äh, der erste Film in Hollywood, der entstanden ist und das Thema Homosexualität aufgegriffen hat, das war ja Die Arten und Die Zarten. 1970 war das gewesen, war natürlich dann direkt eine ganze Welle von Filmen ausgelöst. Erstmal relativ einfach, also weniger, äh, jetzt große Hollywood-Blockbuster oder dergleichen, aber das hat sich eingelebt. Und John Carpenter hat da aber auch wieder einen Meilenstein gesetzt, finde ich, mit diesem Film. Es war zwar nur im TV, also, es wurde nicht so viel berücksichtigt, aber immerhin, es war da. Das heißt, er hat, er hat damit ein Statement gesetzt. Er musste es ja nicht so, äh, umsetzen, aber er hat es getan. Ohne Woke-Regeln wie heute oder sonst was. Es wird eingefügt, wie es in die Story hineinpasst und er berücksichtigt es. Damit zeigt er mit Sicherheit auch einen großen Teil seiner Toleranz, ne? Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was hältst du denn, äh, von der Rolle des anderen, äh, Kollegen von Lee, Steve heißt der, der, das ist so ein Draufgänger, der sich ja auch anfangs so bedrängt. Das ist ja auch so eine Art von Stalking, aber nicht wirklich, weil er ja irgendwann auch ausgeht, ne? Hm, es ist halt, ich glaube, ich glaube, Carpenter will da ein durchaus realistisches Bild vom, ja, vom damaligen Film und Fernsehen eben auch zeigen. Ich meine, es ist ja, ähm, er selber hat ja seine spätere Frau dort auch am, am Set, äh, kennengelernt oder zumindest seine Darstellerin, mit der er später verheiratet gewesen ist. Es ist auch ein bisschen so eine Parallele zu, äh, Brian De Palma, der ja auch, ähm, und auch, ähm, später kam die Scheidung eben von, ähm, Nancy Allen, aber er hat sie ja auch mehr oder weniger beim Vorsprechen für Carrie kennengelernt. Also das ist vielleicht, deshalb würde ich sagen, dieser Film ist auch heute so bedeutend, äh, weil er eben, ja gut, den, den Film als einen Arbeitsplatz eben zeigt, an dem es eben auch zwischenmenschliche Beziehungen gibt. Das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass, ähm, ja, guter Schauspieler untereinander heiraten, Charles Bonson, Jill Ireland, also jetzt nur mal so, ähm, klassisches Beispiel eben. Aber das ist ja eben, dass man da, ja gut, ähm, ja gut, weite Teile, große Teile seines Lebens, dass man da eben am Set verbringt, am Arbeitsplatz und da entstehen eben natürlich auch Beziehungen in verschiedenste Richtungen. Also das ist natürlich so, dass sich einzelne Leute nicht ausstehen können, das ist mal das Erste. Also, finde ich auch interessant, wenn dann eigentlich über, mir fällt gerade vom Winde verweht ein, also, dass da irgendwie die Hauptdarsteller eigentlich schon so ihre Probleme miteinander eben hatten. Also, also, das ist, das haben wir bei sehr, sehr vielen Filmen. Dann kommt oft noch mit hinzu, dass eben auch, wenn man sich über den Regisseur des Films beklagt, oder wir haben heute Hitchcock mehrfach erwähnt, also, ähm, und auch so etwas wie, ähm, ja gut, dass man sich Darstellerinnen vielleicht, ähm, in einer Weise nähert, die von denen gar nicht gewünscht ist, Stichwort Kim Nowak in Vertigo, Stichwort vor allen Dingen Tippi Hatton, dass das natürlich auch die, die Realität am Set ist. Und da würde ich sagen, letzten Endes, so eine, ähm, Filmproduktion, so eine Fernsehproduktion, es ist nichts anderes, wie auch der Alltag in ein, vergleichsweise in irgendeinem Unternehmen eben ist. Es sei nur, dass die Personen eben tatsächlich im, im Rampenlicht stehen, ähm, dass sie, und das ist auch der, ähm, ja, ja, gut, entweder, wenn man den Originaltitel, jemand beobachtet mich, oder auch das unsichtbare Auge, na gut, man ist ja, man ist ja am Film auch ständig von Kameras umgeben, und man wird, ähm, ähm, äh, man, ja, man, man muss sich auch vergegenwärtigen, wenn man jetzt, äh, Darsteller ist, dass Millionen von Menschen einen im Kino sehen, im, im, im Fernsehen sehen, vielleicht möglicherweise sogar, dass man irgendwie mal Rollen verkörpert hat, die einem später auch mal unangenehm sein können, also auch das. Und, äh, da gibt es jetzt, genau, wenn du gerade die Wahl ansprichst, die ganzen Nebendarsteller, die wir ja dann haben, wenn ich mal ganz kurz darauf eingehe, äh, da haben wir den Mr. Frimson, das ist ja der Chef von Lee in dem Studio, und, äh, der ist auch nicht ganz unbekannt, also, man kann ihn oft als Polizeichef sehen, zum Beispiel L.A. Confidential, da hat er den Polizeichef gespielt, er hat halt ein sehr, ein sehr starkes Auftreten, also dieses männliche, große, und, äh, wo man ihn auch gesehen hat, ist als Admiral am, äh, Entscheidungstisch, bei Hello Mr. President sogar, also, auch schon sehr viel später, wie wir sehen, auch noch, und dann haben wir den Makler, Mr. Leone, das ist auch sehr witzig, äh, der, äh, James Moorhawk, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, äh, aber Leone kommt von den Karten da nicht von ungefähr, denn er dachte an Sergio Leone. Ah, klar, klar, natürlich. Auch wieder ganz witzig, ne, den kann man zum Beispiel auch als Alf Hewitt in das fliegende Auge nochmal sehen, den Darsteller, oder, äh, dieser Falschverdächtigte, der hat ja auch ein sehr markantes Gesicht gehabt, das war ja Len Lesser, er ist, glaube ich, 2011 gestorben, äh, und den kennen die Fans natürlich alle aus der Serie, alle lieben Raymond, da spielte er die Rolle des Gauwingen, ne? Ja, das ist vielleicht auch, ähm, deshalb von, äh, von Karpent auch bewusst gewählt, dass die, die Zuschauer auch bekannte Gesichter sehen, noch dazu, wo es jetzt eben wirklich, ja gut, am, am, beim Fernsehen ja auch spielen soll, ähm, und das ist natürlich der Wiedererkennungseffekt groß und vor allen Dingen interessant, spannend ist, wenn man vielleicht dann Personen in Rollen besetzt, dass sie dann eher doch nicht so, ähm, gewöhnlich für diese Personen halt auch sind. Du hast noch auf Vertigo verwiesen, gab es schon mehrmals, eine Verbindung gibt es auch nochmal, das ist doch dieser Kameraeffekt. Mhm, ja, ja, genau, genau, natürlich. Das wird ja auch Vertigo-Effekt genannt, oder? Ja, 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 genau, genau, also das ist von, ja, ähm, ich meine, es ist wirklich ein Hitchcock als erstes gewesen, der das dort so, äh, so angewandt hat. Und vor allen Dingen, äh, Vertigo ist ein, ist ja auch ein Film, der sehr, ja, der sich sehr mit der, ja, der Psyche ja auch auseinandersetzt. Also das ist bei, ja gut, das Hitchcock psychoanalytische Motive eben, ähm, nimmt, das ist nicht ungewöhnlich. Psycho ja auch sehr stark, oder vor allen Dingen eben auch dieser, dieser Film mit, ähm, mit Gregory Peck, ähm, ja, da, also das sind eben so praktisch diese, diese, ähm, Bezüge, die eben zur Psychoanalyse auch bestehen. Sigmund Freud auch wieder schließlich ein bisschen. Ah, ja, ich weiß welchen du meinst mit Gregory Peck. Ja, ja, ich bin gerade nicht auf den Tiefen. Ich kämpfe um dich. Ja, genau, genau, genau. Genau, und das ist ja auch, ähm, Sigmund Freud, aber auch sehr gut. Ja, 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 gut, und Sigmund Freud hat ja auch in seinem Aufsatz das Unheimliche, ähm, sehr, äh, ja, sehr auch Hoffmann Sandmann eben rezipiert. Also das ist natürlich auch da ein, ja, dieses, dieses, äh, Augenthema, finde ich im Film deshalb so, also in guten Filmen auch, ähm, spannend, dann spannend umgesetzt, wenn man eigentlich einen Film dann fast so, äh, fast so lesen kann. Also umgekehrt geht es mir manchmal so, dass ich eigentlich ein, ja, gut, ein, ein Buch fast schon, äh, sehe in dem Sinn, also dass ich eben die Handlung, dass ich mir das eben bildlich vorstellen kann. Aber das ist, wenn man da eben so eine Geschichte wie das unsichtbare Auge erzählt bekommt, das ist eigentlich fast so, ja, wie wenn man ein, ja, wie wenn man das als Geschichte eben schreiben würde. Also man kann sich das eben auch so vorstellen, ja, Lied sieht in eine andere Stadt, die Dialoge, die dann auch auftreten und vor allen Dingen, dass man, ähm, was man im Film ja schwer zeigen kann, dass man eben so etwas wie Gefühle, Emotionen oder vielleicht auch die psychische Verfassung, also wenn das ein Film gelingt, dann ist das eigentlich, ähm, dann finde ich, ist dieser Film top. Und da würde ich eben auch das unsichtbare Auge mit darunter fassen. Das, äh, sehe ich aber absolut genauso. Wusstest du, dass der Film auch als Kinofilm eigentlich konzipiert wurde? Mhm, mhm, mhm. Das ist, das ist auch interessant, wenn der jetzt wie Halloween ins Kino bekommen wäre, weil er weiß, was draus geworden wäre. Er wäre heute auf jeden Fall wesentlich bekannter, wenn man sich das nämlich so anschaut. Ich meine, es ist eine, die hat ja vorher Darkstar Asol gemacht. Ähm, Halloween ist ja da auch sehr, sehr zeitnah. Und das sind ja die Filme, die ihn, ja, auch aus heutiger Sicht eben so, äh, berühmt bekannt gemacht haben. Aber irgendwie stimmt das schon, ist das unsichtbare Auge da irgendwie wahrscheinlich, weil ein Fernsehfilm untergegangen dabei. Und im Folgejahr hat Carpenter eine Nominierung bekommen für diesen Edgar Award, ne? Ja, mhm. In der Kategorie Beste, Beste TV-Produktion. Ja, gut, also, verdient, verdient, also erkannt hat man das damals schon. Aber man muss halt auch immer mit dazu sagen, also dem Fernsehen, dem stehen da eben nur begrenzte Möglichkeiten eben offen. Also wenn wir gerade in den späten 1970er Jahren auch in der Bundesrepublik uns umschauen, also da ist so, also für mich ist nach wie vor eigentlich die, die, die beste deutsche Kriminalserie der Alte mit Siegfried Lovitz, der auch vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung 1979 eben auch so ein Stalking-Thema aufgegriffen hat. Die Episode heißt der Abgrund und es geht da eben darum, dass ein junger Mann eben Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich hat. Und das beginnt eben mit sexuellen Belästigungen, die aber immer gewalttätiger eben werden. Und auch da, deshalb der Titel, der Abgrund, dort spielt ein Sturz am Ende eben auch wieder eine große Rolle mit. Das ist allerdings, wie viele andere Episoden auch, also es ist, wenn man sich das überlegt, man hätte daraus aber theoretisch auch vielleicht einen Film fürs Kino machen können. Aber das war damals etwas, was man als Kriminalserie gemacht hat, eben eine, ja üblicherweise eine Stunde Laufzeit, was auch viel damals gesehen wurde. Das muss man auch mit dazu sagen, dass es eben noch drei Programme gab. Die Leute saßen da wirklich eben vorm Fernseher auch. Aber auch da, also gerade parallel jetzt da in Deutschland, da gibt es unglaublich tolle Fernsehproduktionen eben auch. Jetzt stellen sich die Zuschauer bei uns die Frage, wie kann ich den Film denn sehen? Und da geben wir mal ein paar Antworten. 1987 erschien die VHS. Blende ich noch etwas ein. Dann erschien auch mal eine DVD, und zwar im Jahr 2007. Hier ist doch ein kleines Autogramm, das ich von Adrienne Babou bekommen habe. Ah, darauf bin ich stolz. Oh, toll. Eine tolle Frau. Absolut. Also wirklich Wahnsinn ist die. Und ja, in den USA ist schon eine Blu-ray erschienen. Ah, wunderbar. Top-Bild-Interviews mit, es sehen ja noch fast alle, zwei Leute, jetzt ist letztens erst verstorben David Birney leider und nach langer Krankheit, aber ansonsten sind die Interviews alle drauf. Es würde sich wahrscheinlich lohnen, sich das zu kaufen, weil wer weiß, wann es in Deutschland erscheint. Die DVD soll verknüpfen sein, wohl sehr teuer wieder mal, wie es typisch ist. VHS bestimmt auch, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Deshalb ist es gut, wenn man die hat, und die gebe ich definitiv nicht mehr her. Vielleicht gibt es aber doch noch die Chance, dass er auch mal wieder, oder was heißt mal wieder, oder vielleicht doch auch noch im Kino gezeigt wird. Also das ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Warum nicht? Und wenn, dann machen wir es in meinem Kino mal zusammen. Da bin ich auch dafür. Aber jetzt noch eine andere Sache. Zum Schluss würde ich mal gerne fragen, wenn ich auf die IMDb schaue, 6,6 von 10 oder Rotten Tomatoes haben wir 86 Prozent, was eigentlich ein guter Wert ist. Aber 43 Prozent dann beim Audience-Score. Da ist natürlich die Frage, was kommt so durchschnittlich mir an? Ein bisschen drüber vielleicht. Der Carpenter-Bonus wahrscheinlich, weil wegen dem guckt man sich das dann halt an oder wegen Lornatten oder Adrian Babbo. Wenn es ein unbekannter Regisseur gewesen wäre, wäre er heute wahrscheinlich vergessen. Sehr wahrscheinlich, ja. Und dann sage ich jetzt mal dazu, also mir gefällt der Film so gut, weil er spricht in Kalifornien. Das hat so eine gewisse Attraktivität für mich. Oh, das gefällt mir auch. Das wird gezeigt, so diese 70er-Jahre auch und die Mode. Der Film wird auch langsam erzählt. Das ist jetzt nicht so ein Durchscheuchen durch einen Film wie heute, aber er hat trotzdem einen Spannungsbogen. Auf jeden Fall. Er ist da und er macht Spaß und er bietet tolle Szenen. Wir denken mal an die Szene, wie sie unterm Gitter, unterm Täter liegt. Mehr sagen wir mal nicht, um zu spoilern, aber die ist ja schon sehr hart. Und also top und wie die Erzählweise nochmal darauf zuzukommen, es ist entschleunigend aus der heutigen Zeit. Aus der heutigen Zeit rauszukommen, sich das anzuschauen, das macht richtig Spaß. Also man sollte sich Zeit für den Film nehmen. Es ist nichts von nebenbei. Wie siehst du das? Da kann ich dir nur zustimmen. Also es ist vielleicht so, dass eben die heutigen Sehgewohnheiten einfach anders sind. Vielleicht, dass viele, aber das geht auch vielen anderen Filmen so, dass man eben, und das habe ich selber auch schon oft gehört, dass man diese Filme einfach als zu langsam empfindet. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, man muss sich gerade heute eigentlich auch wieder darauf einlassen und vor allen Dingen, es wird eine Geschichte erzählt. Und das ist es eben. Also das ist wirklich eine durchdachte, logische Geschichte als solches. Es ist eine, ja gut, es ist eine Geschichte, die auch gesellschaftskritisch ist. Also das muss man auch nicht nur in der damaligen Zeit, sondern eben auch heute, dass das eben dieses Element da sehr stark mit vorkommt. Es ist eben auch so, dass die Figuren glaubwürdig auch gezeichnet werden. Also das ist so, das ist teilweise viele Kinoproduktionen, denen gelingt das nicht. Aber da ist es so, dass da schon eine, ja, dass da die Figuren gezeichnet sind, so wie sie sein können eigentlich. Natürlich, dass der Film deshalb eben auch braucht, dass er eben die, die wesentlichen Figuren eben einführt, dass eben auch, es ist letzten Endes, es ist ja ein Kriminalfilm, dass man sich eben auch Gedanken macht, wer ist eigentlich dieser Täter? Was geschieht als nächstes? Also praktisch auch diese Suspense-Momente, um noch einmal bei Hitchcock zu bleiben. Und vor allen Dingen, der Film gehört im Grunde in die Reihe von, ja, von den frühen Brian de Palma-Filmen. Es ist eben ein Film, der von, ja, so Marsha und Alfred Hitchcock entstanden ist. Also genauso wie Carrie oder Obsession oder Der Tod kommt zweimal. Also das wäre etwas für ein, ja, praktisch für ein auch heutiges Publikum, das sich mit bekannten Regisseuren wie Hitchcock und Carpenter auseinandersetzt. Also da wäre es eben wichtig, diesen Film gerade heute auch wieder zu entdecken. Super Schlusssatz. Das passt. Also Leute, liked unser Video, abonniert unseren Kanal für weitere Reviews und unsere besonderen Formate und Highlights auf unserem Kanal und schaut euch auf jeden Fall das unsichtbare Auge an. Es lohnt sich.